Servus Leute des freundlichen Automaten-Businesses. Hier haben wir wieder einen von den alten Automaten, diesmal mit vier Ausgabeslots, 10 Cent Münzen, 20 Cent, 50 und 1 Euro, die Diamanten und Jewelry, die kosten natürlich 1 Euro, die kleinen Smileys 50 Cent und die Bubble Bubble, die kosten 20 Cent und Super Assorted, kosten nur 10 Cent, also das ist auch irgendwie so ein Ring mit Quatsch halt drin. Aber die Bubble Bubble, die sind richtig leer schon und die anderen Sachen gehen, das ist nicht so beliebt, aber die Korgummis gehen auf jeden Fall. Und ja, seht ihr mal, der Automat wird sehr benutzt und laut Anwohner ist der wohl auch sehr beliebt bei den Kindern. Also bleibt dran, wenn ihr euch mehr für Automaten-Business interessiert. Ciao!